Hallöchen, ich bin mal wieder unterwegs beim Fichten fällen, jawoll, fällarbeiten in der Fichte, ja genau. So, bin doch erredet, das war nicht Käferbaumschneiden, sondern aufräumen. Und zwar, da haben wir den Käferfleck da hinten gemacht, habe ich ein Video darüber gemacht, schaut es mal rein, ich verlinke es euch in der Videobeschreibung, habe ich ein Video gemacht, wo wir den rausgerissen haben und so weiter, ein riesen Käferfleck, da ist der Käfer rein gefahren, war ein Käfer, Buchdrucker war drin, und jetzt haben wir da noch ein paar Fechten stehen, wow, fechten, wisst ihr jetzt was ein Fechten ist, jawoll, die anderen sagen Feuchten, die anderen sagen Feuchten, die anderen sagen Fichten, Fichten, wir sind heute in der Fichte, wir sagen halt Feuchten, ich weiß nicht, wie die Franken sagen, sagen Franken Fichterle, vielleicht sagen Franken Fichterle, das sind doch die Fichterle, die Fichterlen, die Fichterles, ich weiß nicht, das sind doch Franken zu, schreibt es einmal unten rein, weil ich will sagen, die Franken zu der Fichte, Fichterle, oder? Ich weiß nicht, ja? Der Oberpfälzer denkt, der Franke nicht, er gleicht es aus, indem er spricht. Das dürft ihr nicht so ernst nehmen, ich liebe Franken, ja, ich bin ja fast selber ein Franke. Fast. Ist bloß auch lustig, weil ich kein Oberpfälzer bin, oder? Oder doch? Ich bin gezwungenermaßen eigentlich ein Mischling, also ich bin ein Mischling, so ein Mischling, so ein niederbayerischer, oberpfälzerischer Mischling. Kennt ihr das? Ja, haben bestimmt auch ein paar unter euch, so ein Mischling. Ja, also, wir schneiden da weiter Ficht nach. Nicht aber so dumm umeinander reden, arbeiten, schreien wir alle rein, redet nicht so dumm, Arbeit, mehr, sag ich, alles klar, sie hat recht, auf geht's, schneiden wir so. Und wenn sich einer beschwert, warum ich den Steg so hoch habe, schneiden, du, wir sind da an der Hanglage, schauen wir mal hin, da vorne, da geht nicht mehr mehr, das ist halt so. Seid nicht so streng mit mir, hey, seid nicht so streng mit mir, ich tue mein Bestes. Und ich freu mich jetzt mal wieder, wenn ihr aufs Neue zuschaut. Also, ich schneid's aber um, weil heute ist ganz was Besonderes, heute mach ich keinen Schlagschrauberkeil. Weil ich bin heute in der Früh aufgestanden und hab mir gedacht, oh, du, du hast alles mit der Hände gekeulen. Heute möchtest du noch einmal gespüren, dass du den Holz weißt. Jawohl! Und darum wird heute alles mit der Hände gekeilt, bis das ich umfalle. Vielleicht nehm ich doch jetzt. Nein, nein, heute zeig ich es durch. Schlagschrauberkeil. Ade! Hallo! Hocker! Jawohl! Auf geht's! Und jetzt, komm mal so, Cing einer bestimm unter dem Bollung! Jawohl! Auf geht's mir diese Hände. Ja ja, Bollung! い Total ist jetzt halt so. Untertitelung. BR 2018 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 Untertitelung des ZDF, 2020 ZDF, 2020 ZDF, 2020 ZDF, 2020 Das ist so schnell abgeschrieben, ja. 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 Das ist so schnell abgeschrieben. Das ist so schnell abgeschrieben, ja. 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 Und da, das ist so schnell abgeschrieben, ja. Untertitelung des ZDF, 2020 ZDF, 2020 ZDF, 2020 ZDF, 2020 Untertitelung im Auftrag des ZDF, 2020 ZDF, 2020 So, haben wir es wieder soweit, werden wir noch ein bisschen das Zeug zusammen. Dann war es das wieder. Ich hoffe, ich habe euch wieder ein bisschen unterhalten können. Ja, jawohl. Wenn ihr euch wieder ein paar Föllerbeiten in der Fichte hier hinholt. Ich sage wiederum Dankeschön fürs Zuschauen. Wir werden bei allem bewertet die Videos positiv. Da hat mich sackrisch gefreut. Und ganz wichtig, abonniert den Kanal. Dann verpasst ihr kein Video, kriegt ihr automatisch. Ich bin auch richtig. Jawohl. Kanal abonnieren. Glocke aktivieren. Sonst geht es nicht, sagt der eine oder andere. Aber Dere, Servus. Bis zum nächsten Mal. Jawohl. Bis zum nächsten Mal. Untertitelung des ZDF, 2020